hallo und herzlich willkommen zu city skylights so es geht weiter hier jetzt wollen wir mal gucken was passiert hier so wirst du fahren hier plötzlich so vorher sind auch nicht so viele hier abgefahren sind gut schauen wir mal für die anderen zwei abfahrten gleich noch machen was passiert hier wird die umgehung klar wird die noch nicht genutzt es nutzt ja auch noch nichts sag mal dieses wasser hier was hat das hier alles das wird auch noch knapp hier er braucht immer schnell das händler zwischen ich kann wir haben das ist es ist es ist das das So, naja, geht. Einigermaßen. So, die Ausfahrt. Falsche Taste hier. Wie kriege ich die Besten hier hin? Eine Straße ziehen. So, die Unterhörerchen dann runtergehen oder nicht? Ja. Ja, aus den Augen, aus den Sinn, ne? So hässlich. Oh, mein Gott. Ich habe die Ausfahrt. Dann, ähm, Ausfahrt. Mann! Hey, das ist... Hä? Was ist das denn hier? Ich kriege... ...da eine Ausfahrt jetzt dran. Klass, 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 Klass. Wie macht das anders? Dass die Autobahn hier kurz hochkommt. Und hier kurz hochkommt. Pause. Ähm... Ja, Müll wäre schon klar. Quatsch. Da wieder runter. Das sieht scheiße aus. Das ist egal, erstmal. Ich muss unbedingt... ... scheiße in den Griff kriegen mit dem scheiß Verkehr. Ja, so, die gehen wieder hoch. Danke. Und hier runter. Gleicher Mensch. ... 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 So, ähm, das war doch gut, wie die hier? Haha, nee, nee. Ah, auf die Räume kommen wir neue hin. Nein, erst mal. Nee, eine 3. Nee, warte mal. Oh, ich hoffe, ich krieg's noch mal hin. Ich mach doch die hier. Erst mal bis da. Dann, hm. Hm, macht das so Sinn? Nein, mach nicht. Das ist scheiße. Ähm, ich krieg's noch mal hin, hier. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Doch, von da aus geh' ich denn da rauf, so. Ähm. Dann kann ich nicht. Geh' nicht. Kriegst noch hin Dieser blöde knick hier egal jetzt Oh man Nein, Mann, warum will das nicht? Warum will das nicht so, wie ich das will? Ja, anders geht das nicht. Lassen wir das mal so. Dann will ich von hier. Lassen wir das mal so. Gut, Ausfahrt, Ausfahrt, Auffahrt, 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 gut. So, dann gehen wir hier weiter. So, ähm. Schade. 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 Warte mal. Die richtige Richtung ist das, ja. Ähm. Schade. Hättet ihr nicht so einmal klappen können gleich. Oh, Mann, ey. Ich hoffe, das wird... Ich hoffe, ihr langweilt euch nicht. Ähm. Schade. Vielen Dank. 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 Das ist ja kacke, wenn die Ampeln ja noch da sind. Straßen anpassen. Das ist ja auch. 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 Das ist ja auch schon mal. Das ist ja auch schon mal. Das ist ja auch. Warum? Das ist ja auch. Das ist ja auch. Läuft das ist ja auch. 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 gut. Das ist ja auch. 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 Ich muss auch nicht die ganze Zeit damit beschäftigt sein. So, ähm, da haben wir die hier. Die Sache ist... Hm. Das wird ja wahrscheinlich auch gleich voll werden. Ich möchte... Ah! So. So. Ah! Hm, hm. Das... Das... Oh, das geht sogar. Alter, es wird wieder so eine beschossene Kreuzung, ne? Aber egal, hilft jetzt nichts. Ähm. Das ist irgendwie so klar. So. So. Das haben wir dann. Weiter in die Kleinstraße, oder? Ja, würde ich sagen. Sieht so gut aus. Das sieht doch schief aus, oder? Ich... So. Jetzt reicht's. Kein Nerv hier so. Kann ich hier noch vielleicht ein bisschen... Ja. Was ist denn? Ach, die Straße. Ja. Was ist denn? Ach, die Straße. Ja. So. Das war nicht schön, aber... Na ja, muss reichen. Das, das. Da. 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 Alles gewährle. Wie ihr wollt. Da. 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 Ich επιVENch mal ein bisschen was anständiges getan hier. So. Ja. Ihr fährt halt keine Straßen Gong. Kann ja dann nochmal eine Straßen снова Linie machen. Gut. Ich 먹어� schon mal ein bisschen was geschafft haben in dieser... Folge. Die sind Häuser gebaut. Wahnsinn. Wie sieht es hier aus. Na ja. Gut, das war jetzt leider noch eine Folge mit dem Straßenbau hauptsächlich. Und nächstes Mal muss ich mal was gucken. Ich muss mal schauen, ob wir noch genug Bunkeranlagen haben für alle Personen. Dann möchte ich noch die öffentlichen Verkehrsmittel erweitern. Möchte ich noch ein paar Buslinien haben. Was haben wir noch? Zeppelin können wir machen. Zeppelin können wir ja bauen. Einen Hafen wollte ich noch. Aber den muss ich ja hier runter. Ähm. Zurück schauen wir hier oben. U-Bahn, U-Bahn-Station, wir können U-Bahn nehmen. Ähm. Das ist die Uhr hier. Das hat die Uhr hier. Oh, hier fällt aber gut hier. Da fällt sie. Was ist denn hier nur da ist ein U-Bahn? Dann können wir ja vielleicht noch ein bisschen U-Bahn hier. Entschuldigung. Na, schauen wir mal in der nächsten Folge. Gut, dann sehen wir uns. Bis dann. Tschüss.